Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Definitive Kulturen glaubten, himmlische Erscheinungen seien nur Vorboten für irdische Ereignisse. Und so nahm sie an, dass während einer Sonnfinsternis die Dunkelheit über das Licht triumphierte. Schließ deine Augen. Ist irgendjemand hier bei uns? Willst du mit irgendeiner von uns sprechen? Warst du das gerade? Was du hier getan hast, ist wirklich gefährlich. Er versucht uns zu verletzen. Wer denn? Das weiß ich nicht. Du hast noch Geschwister, oder? Ja, drei. Du wirst sie beschützen müssen. Bleibt stehen. Ich bin doch die Einzige hier. Nein. Du bist nicht allein hier. Hilf uns, Vero. Du hast ihn gerufen.